Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Atari Reto Spiele. Wir machen uns eine Spielautomaten-Spiel Black Window. Ich schluss noch mal drauf. Black Window. Steht leider nicht aus welchem Jahr das ist. Schade drum. Atari steht leider nicht aus welchem Jahr. LXX2. Keine Ahnung. Ich gucke weit. Rechte ist da nicht beschrieben. Ok. Gucken ob wir nachher noch mal Informationen zurückkriegen. Steht hier irgendwas? Nö. Stahl gleich, ne? Was ist das denn? Was muss ich denn machen? Aufreichen einfach. Oder was? Wir sollen das... Ich kann doch nichts machen. Nur weglaufen. Aha. Ich muss hier irgendwas drücken. Ach so. Ich muss sogar ein bisschen gefressen werden, die Gegner. von wie denn? Das ist noch ein Verbündeter da? Dieser eine ist von mir. Das darf ich mich aber auch trotzdem nicht erwischen. Was bei welchen Spinn der Abbrott von den Säcken? Ich möchte jene, die ... was ist eigentlich? Aber stattdessen habe ich hier so einen Komplizen, der sich drum kümmert. Dankeschön. Einen hat er. Zwei hat er. Okay, wir haben es geschafft. Okay, wo ist er denn? Einen Helfer? Einen noch. Nein, was soll denn der Quatsch? Ich bin fest. Oh, da kann ich nicht durch. Oh, da kann ich nicht durch. Da kommt sie auch nicht durch. Das war, dass ich bisher diese Brummer-Sieger nicht gefressen hat. Na toll, dachte ich bin die Spinne, die fressen. Aber anscheinend nicht. Ich kann auch nicht schießen. Was soll das? Okay. Game over. Das Spiel ist kacke. Hätte ich irgendwie schießen können müssen? Kann ich irgendwas machen? Ist das in der Demo zu sehen? Ich dachte, er kann schießen normalerweise. Wieso hat er nicht geschossen? Wie kann ich denn schießen? Er muss sich nur schießen können. Ich lasse mir auch keine Zeit haben. Aber ich kann hier nicht schießen. Braus geht nicht. Wir müssen mal kurz gucken gehen. Pression, Steuerung. Zwei hoch, runter gibt es. Gibt es nichts anderes als hoch, runter? Links, rechts. Feuern. Nur mal Tastas. Runter, links, rechts. Das Feuern. Also nur mal Tastas Feuern oder was? Feuern würde ich ja dann eher das machen. An die Richtung Feuern. Ach so. Ah, verstehe ich. Aber ich kann mal wieder zurück machen. Was soll das? Nein. Schau mal, dass sich das gemerkt hat, wie die Quatsche ich eingestellt habe. Bewegung. Nein, hoch. Unter zwei, muss hoch natürlich acht sein. Ach so, ach Gott, das ist halt schwer. Ach, das ist ja eine Kombination aus. Ach du Scheiße. Alles klar, okay, versuchen wir es mal. Okay, zurück. Nochmal. Also, fortsetzen. Nach neuem Spiel. Okay, fortsetzen. Ähm, was soll ich machen? Ich kann mal hin. Okay. Okay. I'll beenden, okay. 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 Abgeschossen, okay. Hier noch Gelbpunkte, okay. Muss ich also, ne? Okay. Das verstehe ich. Oh, das verstehe ich. Oh. Okay. Scheiße. Scheiße. Ok, alles klar Ok, ok, naja, habt ihr mal gesehen Alles klar, es geht auch so Wenn ihr die Nummer blockt lassen, schießt man dann in verschiedene Richtungen Und mit Kreuz, Steuerkreuz Lenkt man halt Ok, ist ein bisschen schwer Alles klar, hab ich verstanden Ok, habt euch wohl, bis demnächst Euer Jokl, ciao Achso, wir wollten nochmal kurz, warte Zu wann das Spiel gemacht Oh, da haben wir ja Informationen zu diesem Spiel Guck mal Informationen Ich krieg hier keine Informationen, ne Vielleicht hast du keine Informationen zu diesem Ding Ja, jetzt hast du diese Kacke, diese Einblendung Boah, fickt euch Fickt euch Endstand Das hasse ich ja Diese Scheißbauer, ich hab das jetzt ausgemacht Nein, hat nicht geholfen Man muss ja irgendwas Einmal haben wir noch einen Haken vergessen rauszumachen Keine Ahnung Diese Benachrichtigungen immer noch da sind Aber ich krieg keine Informationen Ja, die gehen, was wir jetzt im Spiel Gewusst in der Galerie Ja Ok Komm mal, stand da das Ja? Ne, stand nicht das Ja Ich weiß ja auch nicht Da unten Steht da 83 Ich glaub, da steht 83 Das war zu unscharf Ich glaub, da stand 83 Okay Alles klar So, ich bin jetzt weg Ciao Ich bin jetzt weg, da steht da